Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen mit der neuen Quest für die Familie an. So, wo müssen wir hin? Eine neue Quest, sehr vielfach. Noch mit dir reden, oder was? War ein Weltenrenner oder ein schlechtes Ohm, eine Flucht der Götter oder ein Segen. Die Götter und die Mäuren bescherten ihm Widrigkeiten, doch seine Mutter lehrte ihm Liebe, Hoffnung und Liebe. Selbst als sie ihm genommen wurde, ließ er nicht los, selbst im Angesicht von Göttern und... Monstern trug er sie immer in seinem Herzen. Lass nicht zu, dass sie dich kriegen. Wer wirst du sein, wenn du dich ihnen stellst? Okay. Das will ich auch wissen. Let's go! Mögen! Ach, das ist doch oder was? Oh, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg, oh, ganz viele Headshots hier, alter, das ist doch kein Gegner gewesen, was, wie schwach der ist, hab ich, du Pisser, wie geht es weiter, ich besiege dich, okay, an anderen Welt, okay, bin ich mal gespannt, dort teleportieren wir aber ein, kein Bock so weit zu laufen, die Schmiede lande, oh 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 Die sind weg. Ich bringe die Rose und die Fülle... Okay, jetzt geht weiter. Königsgipfel natürlich. Glauben die Olympierer, eine jämmerliche Armee von Altgöttern hält mich auf? Ui, da haben wir einen Kristall vergessen. Was will ich haben? Ups, ich bin fast gestorben. Ich bin fast gestorben. Boah, was ist das? Was geht hier vor sich? Ich bin fast gestorben. Alter, war das easy. Okay, ein bisschen enttäuscht bin ich schon. Aber es wurde schon gesagt, dass unser DLC heute nicht so komplex ist. Die anderen werden viel besser sein. Killen die erstmal. Schauen wir mal, was wir da anpassen können. Uh, hast du eine Combo-Anzeige. Wir haben eine Medaille erhalten. 5% Weisigkeit, bis zu 3 Gegner mit einem Blitze zu treffen. Cool, Alter. Ach so. Oh, das ist gut. Ach so. Ich hab. Vielen Dank.